Es kommt aus Schärle Momente. Da hast du gedacht, dass du das gemacht hast. Ah nein, das ist das Ding, aber komm jetzt. Mama, Mama. Am liebensfach. Es kommt aus Schöne Momente, danke. Wo ist der Ben? Mika, wo ist der Ben? Wo ist der Ben? Ich habe alle zu bei meiner Mama. Wo ist der Ben? Marlina. So passen wir alle auf, Ben. So passen wir alle auf, Ben. Mami. Mein kleiner Bruder. Was macht der immer? Macht der Quatsch? Ich habe doch gesagt, ich zieh. Nee, guck mal, da kommt er noch. Wieso hat er denn schwarz in Gesicht? Ja, guck mal, wieso ist der denn schwarz? Ja, da kommt er wieder weg. Wegen der Kuhle, der muss ja immer die Kuhle unterbrechen. Aber das ist Riese. Und doch, die haben. Ah, okay. Und der Rieselzug soll man tun. Der ist perfekt. Der Rieselzug ist schon weg. Das ist in der Haare. Der hält jetzt an. Also dann haben wir wirklich genug her. Ich glaube, das wird jetzt gut angemacht. Er kann? Ja. Guck mal hier, Papa. Tschüss. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Oh, die wird auch gut. Guck mal, jetzt noch mal hier. Komm. Boah. Hey, es licht nicht. Es licht nicht. Nein, das ist auch. Es ist dann für die Brasse. Hey, hey. Hallo. Hallo. Ich habe vorher rausgekommen. So, wir müssen zweimal kurz lautieren. Ich habe gedacht, wir haben das zuerst mal losgekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.